Und dafür wird Memorais Spindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein, wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. Wird Memorais Spindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein, wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. Was? So, wir machen einfach mal hier ein bisschen so. Ich habe keine Ahnung, was er mir damit sagen will. Das ist die alle. So, hier. Yay. Wird Memorais Spindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein, wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. Achso, hey. Ich möchte gerne diese Scheißtür aufmachen. Da, 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 la, 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 la sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben stehen. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. Drei Buchstaben müssen bewegt werden. Ja komm. Diese Steuerung. Das I. Müssen wir sagen, dass das I korrekt ist. H ist der Anfänger von Home Minus. Ja und? Ich kann das I nicht mehr bewegen. Hey. Ich hab's eh erwischt. Wow. So. Und. H ist der Anfänger von Home Minus. Ja das ist mittler. H. Drei. Und. V. Oh. Was wollen die von mir? Eine Spirale. Ein Drei-Sied-Ausspiel. Voll die Spirale oder? Die Spirale könnte auch ein Z sein. Ihr Z ist die Spirale. So. Ja komm. Ja. Wird Memorize-Schwindel entlarvt. Muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. Heißt der Anfänger von Home Minus? Ja? Das kennst du gut. Das ist das alles. Ja wenn nicht alles machen wird. Das kann ich nicht mehr sagen. Das ist das ist... Ja. Uuuuh. Und dann? Und dann? Memorize Spindel entlarvt. Muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. Ich habe keine Lust mehr. Also irgendwie und ich höre da auch nichts raus, was irgendwie... Ah, ist der Anfang von Hominis. Ja, bla bla bla. Komm, gib mir mehr Tipps. Sag mir die Lösung. Tü-lü-lü. Wird Memorias Spindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. Am Ende des Fortschritts. Evolution ist Ende des Fortschritts. Oh. Und vor Scherben? Wie macht man daraus Scherben? Tja. Warum auch immer. Das Ende des Fortschritts jetzt. Ähm. Ich glaube ich habe es irgendwie ein bisschen halb verstanden. So. Das war voll gut. Ich hoffe wir kriegen nicht nochmal irgendwelche Rätsel. Treppensteigen. So. So. Jetzt kann man den da aktivieren. Huch. Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. So. Ja komm. Wiederhol nochmal. Was macht der Vater? Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. Verschluss des Konzeptionswürfels manuell durch externe Steuerung aufgehoben. Notfallprotokoll aktiviert. Das habe ich super hingekriegt. So. Betreten sie den Konzeptwürfel. Okay. Kein Problem. Natürlich. Wie könnte es auch anders sein ohne Gegner. Das ist optisch cool. Und natürlich. Lieber. Lieber kann man hier genug haben. Was habe ich jetzt getroffen? Wisst ihr was Leute? Fickt euch. BAM. Das Gesicht. Ich baue euch alle platt. So. Das ist doch hier. Also diese Kämpfe. Wir spielen schon auf einfach. Ne? Also jetzt inzwischen. Das wurde mir echt langsam zu bunt. Komm. Der ist okay, dass ich was Neues fades... Ja ist okay, dass ich was Neues für euch schumi- Ohhhh. So. Guck. Bumm, bumm, so, keiner weniger, neuer, warum? So... Ach, das ist immer noch grosser. Halt, den erwarte ich so. Komm, hau sie weg. Also ich will nicht wissen, wie dieses Spiel auch schwer ist. Spucken! Spucken! Steigende Flut! Durch das Spucken, weil das Meer wird immer voller. Ja! Geil! Und einmal nicht mehr wegklatschen. Okay, einen großen habe ich. Einen großen habe ich schon erwischt, das ist voll gut. Da ist noch eine. Warum? Warum kann ich den hin? Ich bin auf den großen. Dann heult so eine Bombe auf den kleinen hier drauf, der steht neben dem großen. Das war lustig. So. Töne kaputt, gleich kommt noch eins. Weil im zweiten Raum muss natürlich auch noch Kämpfe kommen. Nein! Wow! Was ist da los? Hätte ich nicht mit gerechnet. Daddy, rat mal wer heinkommt. Wenn jemand fragt, warum wir tot sind, sage ich, weil unsere Väter gelogen haben. Ich muss meinen Vater konfrontieren. Aber meine Geschichte hat so viele Löcher. Schatten auf der Leinwand meines Lebens. Ich war Nillin, Erroristin, gefürchtet und gehasst. Ich formte Gedächtnisse nach Lust und Laune um. Ich war einst der geliebte Spross der Cartier Wells. Ein Paar verehrt von der Gesellschaft, die es schuf. Schatten und Licht. Ich muss den Schaden richten. Das von meiner Familie begangene Unrecht gut machen, bevor das Chaos alles verschlingt. Zeit für meinen Vater, das Gift zu kosten, das die ganze Welt geschlürft hat. Edge führt mich. Und ich bin bereit. Ich glaube, Edge ist auch ein riesen Arschloch. Das sieht doch auch schon wieder nach Gegnern aus. Es ist schon 1 Uhr morgens. Ich muss ins Bett. Der Konzeptionswürfel. Das Herz dieser Korruption. Dieses Mal gelingt es. Ohne Wenn und Aber. Erzähl mir von meinem Vater, Edge. Charles Cartier Wells hat sich jahrelang eingeigelt und träumt von einer idealen Zukunft. Hier wurde H3O konzipiert. H3O? Memorize zentraler Server. Dort sind all diese Erinnerungen gespeichert. Nur dein Vater kann hinein. Du musst ihn überzeugen, dich hineinzulassen. Bringen wir es hinter uns. 3